Die Marke Deutzfahr. Eine Geschichte, die über 150 Jahre zurückreicht. Sie ist eng mit der Erfindung des Viertaktmotors und der Entwicklung der ersten Traktoren verbunden. Auch heute schreiben Deutz Traktoren moderne Geschichte. Marktführerschaft in mehreren PS-Klassen, immer weiter steigende Verkaufszahlen. Die Lauinger brauchen sich absolut nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Wirtschaftlichkeit, Power und jede Menge Herzblut. Das ist die neue Generation von Deutzfahr. Das ist die neue Generation von Deutzfahr.